Durchlässigkeit ist ein großes Thema und hat natürlich die eine oder andere Facette, die dann auf der Hochschulebene etwas anders dekliniert wird als in den Gremien und abstrakten Organisationen, die Qualifikationsrahmen beispielsweise entwickeln. Das Thema meines Vortrags heißt Durchlässigkeit, Open University und Meister zu Master. Es geht dabei um berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge in der Elektroinformationstechnik und ich möchte über unsere Konzepte berichten und auch über unsere bisherigen Erfahrungen. Die Studiengänge, um die es hier geht, die sind außergewöhnlich in verschiedener Richtungen. Zum Ersten werden die in Kooperation von zwei Hochschulen angeboten. Eine Hochschule in Hessen, das ist in Darmstadt, eine in Bayern, das ist Aschaffenburg. Das heißt, wir haben zwei Hochschulgesetze, mit denen wir kompatibel sein müssen und sie werden administrativ und von der Managementseite unterstützt von der ZFH. Die ZFH ist die Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen und ist eine ebenfalls länderübergreifende Organisation von drei Bundesländern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Und die haben einen Staatsvertrag geschlossen, wie sie die Fernstudien an Fachhochschulen fördern wollen. Auch sehr außergewöhnlich. Wir haben ja vorhin gehört, dass gerade im Bildungsbereich sehr stark die Kleinstaaterei in Deutschland gepflegt wird. Aber hier haben wir doch eine Plattform gefunden, dass wir doch auch länderübergreifend arbeiten können. Beide Studiengänge sind Fernstudiengänge und haben ein ähnliches Format. Sie werden mit regelmäßigen Präsenzphasen angeboten und unterscheiden sich dadurch von anderen Fernstudienangeboten, die mehr mit reiner Ferndehre gemacht werden. Wir haben eine technische Studienausrichtung und diese technische Studienausrichtung erfordert natürlich, dass wir auch Praxis mit einbeziehen. Das heißt, dass wir Laborversuche anbieten und ähnliches. Und so etwas kann natürlich nur vor Ort gemacht werden. Die Zielgruppe für die Studiengänge sind technisches Personal mit abgeschlossener Berufsbildung. Das wäre der Kurs Open E-University. Oder mit abgeschlossener Hochschulausbildung. Das wäre der Fernmasterstudiengang. Der Studiengang Open E-University, Bachelor of Engineering in Elektrotechnik und Informationstechnik, der ist im Wintersemester 2013-2014 gestartet. Der ist ausgelegt für acht Semester und umfasst noch optionale Vorkurse, zum Beispiel Mathematik oder Programmierung. Es handelt sich hier um einen breit angelegten Bachelor mit fachlicher Vertiefung im Wahlpflichtbereich, also keine speziellen Vertiefungsrichtungen, die schon im Pflichtprogramm angelegt sind. Und er wird finanziert im Rahmen des BMBF-Projekts Offene Hochschulen und ist deswegen auch bis Sommersemester 2015 Studiengebühr frei. Danach wird natürlich gemäß Bayerischen Hochschulgesetzes, denn der Studiengang ist an der Hochschule Aschaffenburg aufgesetzt, wird natürlich dann die Finanzierung bei Studiengebühren erfolgen müssen. Der Master of Science hingegen, den haben wir an der Hochschule Darmstadt angelegt. Der ist im Sommersemester 2007 gestartet, der dauert sechs Semester und wir haben die Möglichkeit, hier auch Studierende aufzunehmen. Da komme ich später noch drauf, die zum Beispiel einen Meister- oder Technikerabschluss haben und für die gibt es ein spezielles Vorsemester, was Sie belegen müssen, um dann letztendlich zugelassen zu werden. Dieser Master of Science, der hat einen sehr starken Anteil von nicht-technischen Inhalten, also Betriebswirtschaftslehre, Kommunikation im Betrieb, Projektmanagement und hat drei Vertiefungsrichtungen, Automatisierung, Mikroelektronik, Energietechnik und wird zu 100 Prozent aus Studiengebühren finanziert. Warum wollen wir das machen? Wir wollen natürlich Aufstiegschancen realisieren und schaffen für akademisches und nicht-akademisches Fachpersonal und wollen erreichen, dass das Bildungssystem durchlässig ist und dass die Berufslaufbahnen flexibel werden. Also Durchlässigkeit für uns ist ganz stark dahin ausgerichtet, dass wir jedem die Möglichkeit geben wollen, seine Talente optimal und weitestgehend entfalten zu können. Wir wollen deswegen auch das lebenslange Lernen fördern und wollen auch Weiterbildung von akademischen Fachkräften ermöglichen. Die Zielgruppe für diese Studiengänge sind technisches Personal mit abgeschlossener Berufsausbildung, insbesondere im Bachelor-Bereich. Der Bachelor of Engineering, da ist die Zulagungsvoraussetzung das Bayerische Hochschulgesetz, das heißt es sind qualifizierte Berufstätige, das heißt qualifizierte Facharbeiter, Meister und Techniker können zugelassen werden, aber sie müssen ein Beratungsgespräch absolvieren und sie studieren auf Probe. Das bedeutet, sie müssen in den ersten drei Semestern 40% der dort erwerbbaren CPs erwerben. Wenn sie das nicht schaffen, werden sie exmatrikuliert. Das ist die Gesetzeslage in Bayern. Für den Master of Science lassen wir zu akademisch Vorqualifizierte mit einstiegigem Bachelorabschluss oder FH-Diplom und mindestens einjähriger Berufserfahrung im Anschluss, so ist das Weiterbildungswesen geregelt. Seit 2011 haben wir auch die Möglichkeit, qualifizierte Berufstätige nach Artikel 16 Hessisches Hochschulgesetz zuzulassen. Wir fordern hier eine dreijährige Berufserfahrung nach dem Meister- oder Technikerabschluss. Wir fordern auch den Nachweis der Motivation durch ein Bewerbungsschreiben und eine Darstellung des bisherigen Arbeits- und Tätigkeitsverlaufes. Und wir haben ein obligatives Vorbereitungssemester über Methoden des Elektroingenieurs eingefügt. Das ist natürlich nicht ganz so, wie man sich die Durchlässigkeit vorstellt, aber es wurde ja vorhin auch in der Podiumsdiskussion gesagt, die Hochschulen sind autonom. Das heißt, es legen Gremien der Hochschulen die Studienordnungen fest, die Prüfungsordnungen fest und auch die Zulassungsordnungen. Als wir 2011 die Diskussion oder 2010 die Diskussion angefangen haben, dass wir ganz gerne auch beruflich qualifizierte Leute zulassen wollten zum Master, ist es natürlich nicht nur auf positives Echo gestoßen. Das heißt dann, ja, können die das überhaupt? Wir entwerten unseren Bachelor etc. etc. Riesendiskussionen. Es war also völlig aussichtslos, dass wir das irgendwie durch den Senat kriegen. Auch durch den Fachbereichsrat war es schon sehr, sehr schwierig. Deswegen haben wir mit der Vizepräsidentin für Forschung und Lehre an der Hochschule verhandelt und haben also zumindest mal eine Pilotierungsphase aushandeln können, nachdem wir erst mal jetzt mehrere Jahrgänge von diesen Meister- und Technikerstudenten aufnehmen und deren Studienerfolg dann evaluieren. Und wenn der Studienerfolg sich wirklich einstellt und danach sieht es momentan aus, dann können wir wieder vor den Senat treten und versuchen das als dauerhafte Möglichkeit der Zulassung einzurichten. Also Sie sehen, es gibt da durchaus zwar diese ganzen mehr oder weniger abstrakten Definitionen von Qualifikationen, aber letztendlich ist es, wenn Sie dann in die Realität treten, doch sehr, sehr schwierig, solche Ideen auch praktisch umzusetzen. Und man muss natürlich auch sagen, dass unseren Erfahrungen nach die beruflich Qualifizierten doch erhebliche Schwierigkeiten haben. Das zeigt sich, wie ich später noch darlegen werde in einem etwas entschleunigterem Studium und etwas schlechteren Abschlüssen. Das muss man also auch feststellen. Und das liegt halt einfach daran, das ist vielleicht bei der Elektrotechnik, bei Ingenieurfächern extrem, wir haben halt eine sehr, sehr starke Formalisierung, eine sehr starke Mathematisierung und eine sehr starke Abstrahierung. Und das läuft eigentlich dem Qualifikationsprofil von beruflich Qualifizierten etwas entgegen, die doch mehr regelbasiertes Lernen gewöhnt sind, die doch mehr eher Hands-on-Praxis und Praxis nach dem Motto Training on the Job sich die Qualifikation erworben haben. Meiner Einschätzung nach, ob das jetzt Allgemeingültigkeit hat, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es das, was wir aus den Erfahrungen extrahieren, die wir mit den beruflich qualifizierten Studierenden gemacht haben. Gut, wenn wir beruflich berufsbegleitende Studiengänge generell anbieten und beruflich Qualifizierte besonders ansprechen wollen, müssen wir natürlich da einen gewissen Überlapp ausnutzen, der zwischen Buchstudium und Berufstätigkeit besteht. Erstmal ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ein sehr gutes Betreuungskonzept haben. Das haben wir also versucht zu realisieren, indem wir mehrere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingestellt haben, die sich ganz gezielt um diese Studierenden kümmern. Wir haben ein Mentoren-System, wir haben E-Learning-Plattformen mit Foren, somit man sich auch praktisch virtuell in Verbindung setzen kann, einmal innerhalb der Lernkohorten und einmal auch im Zusammenspiel mit den Dozenten. Wichtig für uns ist auch die firmenabhängige Unterstützung plus die Nutzung der Praxiserfahrung. Das wird einerseits genutzt in den Abschlussarbeiten, zum Beispiel Master-Thesis, die wird zu 50 Prozent in Firmen gemacht. Es wird aber auch in dem Bachelor-Studiengang genutzt, dass wir spezifische Projekte direkt in den Firmen ansiedeln, sodass also vor Ort während der Berufstätigkeit auch gewisse CEP-Punkte erworben werden können. Wichtig ist bei einem Fernstudium, dass man sich die Lerninhalte irgendwo konstruktiv erarbeiten kann, im Selbststudium, und dazu bedarf es halt spezifischer Lernmaterialien, sogenannte Lehrbriefe, die bei uns noch mit Papier oder auch aus PDF verschickt werden. Dazu gibt es die Lernplattform mit zusätzlichen Informationen, E-Learning-Modulen und Ähnlichem. Und natürlich, wie ich eingangs gesagt habe, im Ingenieurwesen ist es sehr wichtig, dass man Laboranteile hat, wo tatsächlich das theoretisch Erlernte dann auch praktisch angewendet wird. Der Bachelor of Engineering, der hat 210 Leistungspunkte, und der Master of Science, der hat 120 CEPs, also Leistungspunkteumfang. Sodass wir also sagen können, diese Studiengänge entsprechen einem siebensemestrigen Präsenzstudium und einem viersemestrigen Vollzeit-Masterstudium. Der Fernmeister Elektrotechnik hat derzeit 143 eingeschriebene Studierende, davon 21 beruflich Qualifizierte. 14 Techniker, 7 Meister. Einen signifikanten Unterschied zwischen Technikern und Meistern konnten wir im Studienverlauf bisher nicht feststellen. Wir haben aber auch noch nicht so viele untersucht, aber immerhin 21. Wir haben bisher zwei dieser beruflich Qualifizierten, die abgebrochen haben. Meistens schon nach dem Vorsemester hat der eine abgebrochen, der andere im ersten Semester. Wir haben noch keine Absolventen, weil das noch nicht die vollen sechs Semester Durchlauf bis jetzt gedauert hat, seitdem die ersten angefangen haben. Für den Fernmeister insgesamt haben wir bisher 93 Absolventen. Die Abbrecherquote ist insgesamt weniger als 10 Prozent. Die mittlere Studiendauer ist 6,7 Semester. Also Studierende brauchen doch beruflich bedingt in der Regel etwas länger als die sechs Semester Regelstudienzeit. Die beruflich Qualifizierten, so wie wir das bisher beurteilen können, studieren langsamer, sind also im Verlauf so anderthalb Semester in den normalen, in großen Anführungsstrichen, Studierenden zurück und sind im Notendurchschnitt 0,7 unter den traditionellen Studierenden. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man die traditionellen Studierenden mit den beruflich qualifizierten Studierenden mischt. Es gibt da interessante Lerngruppen und es gibt auch dann ein kooperatives Lernen in den Gruppen, was sehr, sehr günstig ist. Deswegen nehmen wir in der Regel auch nur sechs bis sieben Meister- oder Technikerbewerber auf pro Semester, dass wir doch dann mindestens so 80 Prozent normal qualifizierte Studierende haben. Einfach, um hier auch sicher zu sein, dass wir unseren Studiengang auch tatsächlich weiterhin so durchführen können wie bisher. Im Fernwäscher Elektrotechnik, der an der Hochschule Aschaffenburg aufgehängt ist und deswegen dem bayerischen Hochschulrecht genügen muss, haben wir derzeit mit 54 Studierenden angefangen. Und da in Bayern die normalen Abiturienten Vorrechte haben, die müssen sofort zugelassen werden, hatten wir Probleme. Wir haben den Studiengang ausgelegt für 35 Studierende, hatten aber dann nur drei oder vier Studierende zulassen können mit nicht-traditioneller Zugangsberechtigung. Und deswegen haben wir den Studiengang dann aufgebohrt auf die doppelte Zahl von Studierenden, von Studienplätzen und konnten also dann 29 ohne traditionelle Zugangsberechtigung zulassen. Wir hatten jetzt vor kurzem die ersten Modulprüfungen, daran haben 45 Leute teilgenommen, neun haben sich noch etwas länger Zeit gelassen und haben die ersten Prüfungen nicht mitgeschrieben. Und was sich herauskristallisiert, ist die besondere Hürde für die beruflich Qualifizierten, die liegt nämlich in der Mathematik und den Grundlagen der Elektrotechnik. Also mehr theoretische Fächer, wo es weniger um praktische Tätigkeiten geht, die werden als sehr, sehr schwierig empfunden. Wir sehen das auch in den Forendiskussionen, dass da sehr, sehr stark Defizite sind. Und wir müssen erst mal sehen, wie wir diese Defizite im nächsten Quartengang ab Wintersemester noch etwas besser auffangen können. Da stellen sich natürlich viele Fragen, wie viel Mathematik braucht der Ingenieur, braucht er die Grundlagen der Elektrotechnik, also meistens, es handelt sich da um die physikalische Theorie der Elektrotechnik, braucht er das wirklich in der Tiefe, was können wir weglassen, ohne die Qualität des Abschlusses zu gefährden. Oder was müssen wir anders darlegen, müssen wir vielleicht die Mathematik noch etwas mehr aufstocken. Es gibt also viele Diskussionen, die wir derzeit führen, um so einen Studiengang tatsächlich für beruflich Qualifizierte studierbar zu machen. Es macht ja keinen Sinn, wenn da Rechte suggeriert werden, ihr könnt es studieren und dann klappt es hinterher nicht. Weil die Studienordnungen, wie gesagt, die sind für unsere üblichen Studierenden und auch für diese Studenten völlig identisch, die Anforderungen. Die Module sind identisch, die Prüfungen sind identisch. Also wir haben ja normale Bachelorstudiengänge und normale Masterstudiengänge und der Unterschied für diese zwei Fernstudiengänge, der ist praktisch marginal. Wir haben natürlich auch die Studierenden gefragt, warum überhaupt sie auf die Idee kommen, jetzt sich nochmal weiter zu qualifizieren. Die Studienwahl ist aber interessanterweise sehr stark intrinsisch motiviert, insbesondere bei dem Fernmaster. Das Studium bei dem Fernmaster wird in der Regel nicht sehr stark vom Arbeitgeber gefordert. Das wird nicht gemacht, das wird nur zu 25 Prozent bejaht. Wir haben auch überlegt, E-Learning, weil ja dieses Bachelorprojekt Open University heißt, das muss der absolute Renner sein, hat sich aber herausgestellt, dass gerade die papiergebundene Version der Lehrbriefe, dass das eigentlich das zentrale Medium zur Wissensvermittlung geblieben ist. Wir haben auch festgestellt, obwohl wir einen Fernstudiengang haben, bei dem Studierende aus ganz Deutschland kommen, dass sich da Lerngruppen bilden, die sich dann auch selbstorganisiert treffen und gemeinsames Lernen betreiben. Bei dem Fernbachelor haben wir Studierende und Studieninteressierte befragt letzten Sommer und es hat sich herausgestellt, wir haben ein sehr, sehr heterogenes Bildungsniveau. Es sind auch Studienabbrecher beispielsweise dabei, es sind Leute dabei, die mittlere reifen Berufsausbildung haben, es sind Leute dabei, die Abitur haben, Fachabitur haben, Berufsausbildung haben, es ist sehr, sehr heterogen. Es besteht ein sehr, sehr starkes Interesse an der Aufstiegsqualifizierung und erwartet werden bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Als Hindernisse werden genannt, das hat sich auch realisiert, das ist die Mehrfachbelastung, Beruf, Familie, Studium, die Leute sind zeitlich unflexibel, es gibt finanzielle Gründe und fehlende Vorkenntnisse, wobei die fehlenden Vorkenntnisse für den Studienerfolg eigentlich das zentrale Problem sind und wir natürlich eine gewisse Schwierigkeit haben. Wir können das Studium nicht beliebig lang ausdehnen, um diese Vorkenntnisse praktisch im Vorfeld erwerben zu können. Wir müssen ja auch sehen, die Studierenden, die wollen ja nicht dann, was weiß ich, zwölf Semester, 14 Semester studieren, bis sie einen Bachelor haben, das macht ja auch keinen Sinn, das hält auch sowieso keiner durch. Also es gibt da doch gewisse Probleme, das optimal zu gestalten. Ich bin aber schon der Meinung, dass gerade die beruflich Qualifizierten deutlich mehr Zeit brauchen, um in der Anfangsphase ins naturwissenschaftlich-technische Studieren hineinzukommen. Es gibt didaktische Konzepte, die wir anwenden. Wir haben uns da an Herrn Mandl gehalten. Wir haben versucht, das Lernen als aktiven, konstruktiven, emotionalen, selbstgesteuerten, sozialen Prozess zu gestalten. Wir haben also diese Lernkonzepte vor diesem Hintergrund der genannten Bedingungen entwickelt und sehen den Unterricht nicht nur als Transport von Wissen, sondern als Arrangement von Lehr- und Lernmöglichkeiten. Wir haben natürlich auch den Praxisbezug immer im Blick. Wir sind ja eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, also ohne Laboranteile und Präsenzphasen glaube ich nicht, dass wir ein Studium durchführen können, was unseren Anforderungen genügt. Und wir müssen natürlich die Unterschiede in den Lernakorraten in irgendeiner Art und Weise in den Griff bekommen. Wir machen in der Regel natürlich die Lehrbriefe mit Lehrbriefen und E-Learning-Materialien, haben aber auch einen sehr starken Anteil von Präsenzlehre. Das heißt, die Studierenden sind bei beiden Studiengängen alle vier Wochen, zwei Tage bei uns an der Hochschule. Und das schafft natürlich eine sehr gute Vernetzung innerhalb der Studierendengruppen und schafft auch einen sehr guten Kontakt zu den Lehrenden. Das ist also ein großer Vorteil. Die Präsenzveranstaltungen holen teilweise den Lehrbrief nochmal nach, beantworten aber auch sehr viele Fragen. Wir arbeiten auch an Problemstellungen, machen Laborübungen, schreiben Probeklausuren und Ähnliches. Die Präsenzlehre, wie gesagt, zwei Tage pro Modul. Wir versuchen, den Lehrinhalt aus dem Lehrbrief zu intensivieren, eine Problemorientierung herzustellen und den Anwendungsbezug zu schaffen. Die Lehrbriefe sind genormt, alle 100 Seiten lang pro Modul und umfassen den gesamten Lerninhalt. Dann gibt es halt E-Learning-Module. Wir schließen die Lücken zwischen Präsenz und Lehrbrief durch E-Learning. Wir versuchen, die Lerninhalte multimedial aufzuwerten. Wir bieten Online-Übungen, Online-Quizzes und Ähnliches an und nutzen das zur Kommunikation und Betreuung. Gerade bei dem Projekt Open University haben wir ja auch die finanziellen Mittel vom BMBF bekommen, um das besonders stark auszubauen, diesen E-Learning-Anteil. Wir machen Lernvideos, zeichnen Aufgaben auf, haben aufbereitete Screencasts von Lehrveranstaltungen, machen geführte Übungsaufgaben, Videos für problemorientiertes und kooperatives Lernen und haben auch virtuelle Klassenzimmer eingerichtet. Das sind so Beispiele aus dem Projekt, wie wir das machen können, also Vorlesungsmitschnitte, Vorlesungskripte, die veröffentlicht werden und auch praktische Versuche, die nochmal online nachgeschaut werden können. Wenn wir auf den Outcome gucken, Outcome-Orientierung war ja heute früher auch ein großes Thema, Ingenieurstudium oder akademische Weiterbildung ist auch ohne Abitur möglich, wenn ausreichend berufliche Erfahrung vorliegt. Es ist ganz wichtig, dass wir die richtigen Bewerber auswählen und das tun wir anhand der vorliegenden beruflichen Erfahrungen, die nachgewiesen werden muss. Interessanterweise sind die theoretischen Defizite auf Masterniveau leichter auszugleichen als im Bachelor. Das mag vielleicht verwundern, Qualifikationsrahmen, sonst setzt er den Bachelor und den Master auf verschiedene Stufen. Aber es ist so, ein Masterstudiengang zumindest in der Elektrotechnik ist halt eine sehr starke Spezialisierung, ein Spezialgebiet der Elektrotechnik. Und da kann man natürlich berufsbezogen schon jede Menge Know-how mitbringen. Zum Beispiel Automatisierungstechnik als Beispiel, da könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass das geht. Und das geht auch weitestgehend mathematikfrei. Der Bachelorabschluss hingegen, der ist ganz anders aufgesetzt. Der qualifiziert breiter und nachhaltiger, weil er nämlich den Studierenden die theoretischen Grundlagen vermittelt für das Arbeiten als Ingenieur. Und deswegen ist es sehr viel schwieriger, meiner Einschätzung nach, beruflich qualifiziert einen Bachelorabschluss zu erwerben, als beruflich qualifiziert einen Masterabschluss zu erwerben. Das sind unsere Erfahrungen, die wir dazu haben. Wir können mit geeigneten didaktischen Methoden doch mit großer Zuversicht hohe Studienerfolgsquoten realisieren. Wir haben an öffentlichen Hochschulen natürlich auch hohe Qualitätsstandards. Da ist natürlich die Akkreditierung ein Thema. Beide Studiengänge sind akkreditiert. Aber wichtiger ist natürlich auch studentische Evaluation und die Rückkopplung der Ergebnisse der Evaluation an die Lehrenden. Und das betreiben wir sehr intensiv. Wir fragen die Studierenden praktisch zu jedem Modul, zu jeder Prüfung, wie sie es empfunden haben. Anonymisiert versteht sich und arbeiten das dann mit den Lehrenden durch, um da Defizite auszugleichen. Wir haben auch schon diverse Lehrende leider austauschen müssen, die nicht so richtig da das geboten haben, was gebraucht wurde. Wir haben auch schon verschiedene Module abgeändert, weil die Inhalte nicht zielführend gewesen sind. Die Einbindung der Arbeitgeber ist besonders bei dem Bachelorstudium sehr wichtig. Das geht viel, viel länger. Also acht Semester. Und wenn ich das einfach mal hochrechne, das wird vielleicht zehn Semester bei den meisten dauern. Und da muss der Arbeitgeber schon in gewisser Weise dahinter stehen. Und die Arbeitgeber selber haben natürlich auch ein hohes Interesse. Wir sind natürlich da zwar im Rhein-Main-Gebiet, aber Aschaffenburg beispielsweise liegt schon so ein bisschen in der Peripherie. Auch Darmstadt liegt an den Grenzen des Odenwaldes. Dort gibt es sehr viel mittelständische Industrie. Und die wollen eigentlich ihre Leute vor Ort weiter qualifizieren. Die wollen die nicht in die Großstadt schicken, schon gar nicht nach Berlin oder irgendwo hin, weil sie dann den Weg nicht mehr zurückfinden zu der Firma. Deswegen haben wir da auch einen sehr guten Draht zu den Arbeitgebern. und die unterstützen auch sehr, sehr viele Studenten finanziell und durch Freistellung. Also ich bin sehr gespannt, wie unser Projekt hier weitergeht. In vier, fünf Jahren, wenn wir die ersten Absolventen unseres Bachelorstudiengangs haben oder in einem Jahr, wenn wir die ersten Meister und Master zum Master geführt haben, würde ich mich freuen, hier nochmal darüber berichten zu können, was wir daraus gelernt haben und was vielleicht andere daraus lernen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie jetzt mal einordnen müssten, die Meister auf dieser Qualifikationsstufe 6, sind die da gut aufgehoben? Kommen die bei Ihnen gut klar? Also in Ingenieurstudiengang meiner Meinung nach nicht, weil es sind ganz andere Qualifikationen, die ein Meister hat. In der Meisterausbildung kommt es auch sehr stark darauf an, dass ich also wirtschaftlich handeln kann. Das ist das eine. Ich glaube nicht, dass die fachliche Durchdringung der Ingenieurwissenschaft Elektrotechnik bei den Meistern in adäquater Weise vorliegt. Das ist vielleicht hier ketzerisch in diesem Rahmen, das so zu sagen. Aber ich kenne sehr viele Meister und ich weiß auch, wie die sich einschätzen. Und die wollen auch nichts anerkannt haben. Wollen sie überhaupt nicht. Wir haben mit Anerkennung überhaupt gar kein Problem. Wir würden zwar gerne was anerkennen, gerade aus der beruflichen Praxis, es wird aber überhaupt nicht gewünscht. Es wird kaum nachgefragt. Und der Grund dafür ist, dass sie schon sehen, okay, es ist da eine andere Liga, in die ich da aufsteigen will. Und da wird anders agiert. Da wird auch anders, die Dinge werden anders betrachtet. Und von der Seite her sehen die schon, dass die Defizite da sind und versuchen natürlich die Zeit zu nutzen, sich optimal weiter zu qualifizieren. Und auch Kompetenzen zu erwerben und Kenntnisse zu erwerben, die sie vorher nicht hatten. Deswegen muss man das ein bisschen differenzieren. Es gibt bestimmt Studienfächer, wo der Übergang ins Akademische leichter ist. Ich sage jetzt mal Betriebswirtschaftslehre. Wenn Sie Steuerberater, Gehilfe oder wie der Beruf heißt, sind, dann ist für BWL für Sie bestimmt kein großes Problem mehr. Aber hier ist doch der Zugang ein anderer. Man muss wirklich sehen, dass die Hauptdefizite bei den Meistern, gerade in den Vorkursen, sind die Mathematik. Und die braucht man gerade im Bachelor ganz, ganz intensiv. Das wird einfach vorausgesetzt. Da steht ein Integral an der Tafel oder da steht irgendwas anderes. Eine Transformation wird da irgendwo vorausgesetzt. Und das können Sie zwar relativ schnell den Studierenden erklären, aber dass man da wirklich versteht, was da dahinter steht und damit auch umgehen kann und ein Problembewusstsein entwickelt, das dauert einfach Zeit. Und die Zeit müssen Sie den Studierenden geben. Und Sie haben nichts davon, wenn Sie irgendwas anerkennen, was hinterher dazu führt, dass Sie sich im Beruf nicht bewähren. Das Schlimmste, was uns ja passieren kann, ist, dass zum Beispiel unsere Techniker, die jetzt den Master gemacht haben, keine besser adäquate, eine besser qualifizierte Stellung finden. Oder dass zum Beispiel die die Facharbeiter, die jetzt bei uns den Bachelor machen, dass sie nicht im Unternehmen aufsteigen und tatsächlich auch dann Ingenieurfunktionen übernehmen. Das wäre sicherlich für die Leute, die gegen die Durchlässigkeit sind, ein gutes Argument. Durchlässigkeit heißt ja, dass ich den Leuten die Chance gebe. Aber ich will denen nicht irgendwie einen Königsweg aufzeigen. Und das ist auch Konsens bei uns in den Lehren, die in diesen Projekten engagiert sind. Wir sind unter ganz, ganz strenger Beobachtung. Sie können sich das vielleicht nicht so vorstellen. So eine Fachhochschule ist natürlich auch so ein bisschen, naja, so ähnlich wie in der Politik. Keiner gönnt dem anderen irgendwas. Und von der Seite her muss man natürlich auch immer ganz besonders aufpassen, dass man nicht den Leuten, die eigentlich konservativ ausgerichtet sind und die diese Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Qualifikationen, die die einfach nicht mitbringen, dass man denen Argumente liefert. Deswegen kommt für uns die Qualität an erster Stelle. Haben wir noch Fragen im Publikum? Vielen Dank, Schinke-Konferenz, der Fachpreistage. Können Sie noch mal ein bisschen was erstens zur Motivation sagen? Sie sagten schon, dass die beruflich Hochqualifizierten sich bessere Berufsaussichten versprechen. Aber wie sieht es im Studium aus? Erwarten die auch diese Theorie? Sind die mit dieser Theorie auch zufrieden? Ja, die Theorie wird schon erwartet. Das ist ganz klar. Die Studierenden wissen das ja, wie Ingenieure arbeiten. Wir sehen das ja zum Beispiel an Bewerbungsschreiben. Da liegen die ja da, wo sie gearbeitet haben, wie sie gearbeitet haben. Wir haben zum Beispiel zwei oder drei Techniker, die im Ingenieurbüro gearbeitet haben. Und da gibt es natürlich gewisse Probleme mit der Rechnungsstellung. Also wenn Sie keinen akademischen Abschluss haben, dann können Sie weniger Euros pro Stunde berechnen, als wenn Sie den hätten. Die arbeiten aber die ganze Zeit schon und die wissen auch genau, was da im Prinzip ingenieurtechnisch verlangt wird. Und die Theorie ist für den Ingenieur sehr, sehr wichtig. Das ist so ein bisschen wie Lebensmittelchemie und Koch. Das sind natürlich unterschiedliche Angänge an ein Problem. Und es wird ja auch von einem Ingenieur erwartet, dass er kreativ, selbstständig Probleme löst. Technische Probleme jetzt in unserem Fall löst und dazu in der Lage ist. Und dazu braucht er natürlich auch erstens einen gewissen Überblick über sein spezifisches Fachgebiet, was er ganz Zeit macht, hinaus, um da gewisse Transferleistungen erbringen zu können. Und er braucht die Methodik. Wie gehe ich an Probleme ran? Was muss ich beispielsweise explizit berechnen? Wann brauche ich eine gewisse Formel? Wann kann ich was simulieren? Wann kann ich was irgendwie aus Erfahrungswerten ableiten? Und da muss man schon die Theorie haben und auch die Methodenkenntnis haben, um sich dann entsprechend auch das rauszusuchen, was in dem spezifischen Fall zum Erfolg führt. Und Sie müssen auch ein breites Methodenwissen haben, weil Sie arbeiten ja immer unter Zeit- und Kostendruck. Das heißt, Sie müssen auch wissen, was die effizienteste Methode ist, um ein bestimmtes technisches Problem zu lösen. Und ich glaube, das ist natürlich das, was ein Ingenieur auszeichnet. Die Methodenvielfalt, die Fähigkeit, selbstständig Konzepte umzusetzen, die Zielstrebigkeit und natürlich auch die Effizienz. Das will ich den Technikern jetzt nicht absprechen, oder auch den Meistern nicht absprechen, aber die bearbeiten in der Regel andere Problemstellungen. Und das ist ja auch gut so. Das ist ja nicht irgendwie jetzt eine Wertung. Aber wenn einer jetzt wirklich Ingenieur werden will, dann muss man ihn auch in den Stand versetzen, wirklich alle Qualifikationen und Kompetenzen zu haben, die von einem Ingenieur erwartet werden. Ansonsten wird der Abschluss auf dem Arbeitsmarkt nichts wert sein. Das ist wie der PhD von der Fachhochschule. Der muss sich auch erst mal etablieren. Und dazu müssen Sie den Studierenden ein qualitativ hochwertiges Studienprogramm anbieten, was praktisch über jeden Zweifel erhaben ist. Das heißt, Sie müssen sich an den bisherigen Kompetenzen orientieren. Sie können praktisch keine neuen Kompetenzen erfinden, um damit praktisch den gleichen Abschluss zu erwerben. Das heißt, Sie müssen die Theorie reinbringen. Wenn man die Theorie nicht bräuchte, bräuchte man in dem Sinne ja auch keine Ingenieure. Ich glaube, ich kann eine Frage stellen. Herr Kollege Hoppe, hier bin ich. Sie haben eine Bemerkung gemacht bezüglich der Mathematik. Jetzt bin ich ja aus dem sozialen Bereich, bin ich gut aus dem Schneider. Aber in den Diskussionen, die ich mit den Technikern immer wieder, also mit den technischen Disziplinen immer wieder führe, spielt natürlich die Mathematik die entscheidende Rolle schon an der Diskussion zwischen Fachhochschule und Universität, ist das immer wieder der Stein des Anstoßes. Und Sie haben jetzt eine Bemerkung gemacht, dass der Zugang ins Masterstudium deshalb, so wenn ich es richtig verstanden habe, deshalb leichter ist und auch der Durchgang durchs Masterstudium, weil dort die Mathematik leichter vermeidbar ist. Sie ist leichter vermeidbar. Sie ist vor allen Dingen ersetzbar durch beispielsweise numerische Simulation, also Computerprogramme, die die Probleme lösen, die ich sonst mathematisch lösen müsste. Und es ist eine fachliche Verengung. Also in Ingenieurdisziplinen sind die Masterstudiengänge eine fachliche Verengung. Das heißt, man macht zum Beispiel einen Masterstudiengang in Mikroelektronik. Da gibt es gewisse Felder der Elektrotechnik, die brauchen Sie gar nicht. Zum Beispiel das Magnetfeld. Ich weiß nicht, ob Ihnen das irgendwas sagt, aber jedenfalls ist das eine bestimmte elektrotechnische Erscheinung, die mathematisch nur sehr kompliziert zu erfassen ist. Das brauchen wir zum Beispiel nicht. Es gibt viele Dinge, die man da vermeiden kann, aber natürlich ist es schon gut, wenn man die Fähigkeiten hätte. Aber die Mathematik spielt dort in der Lehre nicht mehr so die zentrale Rolle. Sie haben also im Masterstudium keine Mathematikvorlesungen mehr. Es müssen auch keine Prüfungen in Mathematik geschrieben werden. Dann habe ich Sie richtig verstanden. Dann frage ich jetzt noch mal ganz kurz nach. Dann bedeutet es aber doch für das Gesamtprofil, was Sie dann auf der Master-Ebene in den Arbeitsmarkt entlassen, dass Sie jemanden dort auf Masterniveau entlassen, der diese spezifische Fähigkeit des Bachelor-Niveaus im Mathematischen nicht aufgenommen hat, weil er sie im Master nicht gebraucht hat. Also das ist mal unterstrichen. Ich will das gar nicht werten, sondern nur, das heißt schon, dass Sie eine eigene Qualifikation zusammenbauen im Vergleich zu dem sonstigen Weg. Nein, nein, das stimmt nicht. Also die kriegen ja nicht automatisch einen Bachelorabschluss, wenn sie den Master machen. Nein, nein, das natürlich nicht. Das heißt, Sie sind auch in dem Sinne kein Ingenieur. Sie dürfen sich auch nicht Diplom-Ingenieur nennen in dem Sinne, sondern Sie müssen, um das sich nennen zu dürfen, als Diplom-Ingenieur bezeichnen zu dürfen, müssen Sie einen Bachelorabschluss haben. Das ist einfach eine akademische Weiterbildung auf einem gewissen Niveau. Und das ist vielleicht nicht ganz kompatibel mit dem Qualifikationsrahmen, der ja so ein bisschen von 1 bis 8, wie ich das heute früh gelernt habe, geht. Es ist praktisch, man überspringt eine Stufe. Diese Stufe ist aber nicht niederwertiger, sondern die ist einfach eine breitere Qualifizierung. Okay. Akademisch bin ich ganz auf Ihrer Seite. Es hat schon immer die Möglichkeit gegeben, direkt zu promovieren zum Beispiel in vielen Bereichen, ohne dass Sie ein Diplom-Ingenieur oder sonst was waren. Und das ist eben dann eine andere Qualität. Das ist eine andere Qualität. Aber in dem Spiel, in dem wir momentan sind, ist es eben eigentlich eher nicht die akademische Qualität, sondern die Berufsqualität, die hier eine Rolle spielt. Und da bin ich jetzt ein bisschen kritisch. Aber ich danke Ihnen für die Klarstellung. Die Berufsqualität, das verstehe ich jetzt nicht. Was meinen Sie? Hier geht es um die Arbeitsmarktrelevanz. Also die Durchlässigkeitsfrage geht ja nicht in Richtung der spezifischen akademischen Möglichkeiten, zum Beispiel eine Promotion oder einen Masterabschluss zu machen, sondern die damit hier jetzt diskutierte Möglichkeit ist ja, in entsprechende arbeitsmarktrelevante Konkurrenz zu akademischen Abschlüssen zu kommen, weil beide dann, der Diplom-Ingenieur sowieso und der Master nebeneinander stehen und die gleichen Bereiche bedienen wollen. Ja, darum geht es. Und sonst geht es praktisch nur um das berufliche Weiterkommen der Studierenden. Noch eine Frage? Ja, Lakatos, FH Kaiserslautern. Wir haben ähnliche Konzepte wie Sie auch. Also wir arbeiten auch sehr viel im Blended Learning-Bereich. Und von daher war das jetzt sehr interessant. Sie haben also im Grunde genommen dieselben Herausforderungen, die auch wir immer wieder finden. Eins haben Sie anders gelöst als wir. Wir haben zum Beispiel Mathe-Vorkurse, bieten wir an und auch in anderen Bereichen, Physik etc. Programmieren, Vorkurse. Sie haben ein Vorbereitungssemester. Wir haben ein Vorbereitungssemester. Da würde mich interessieren, wie gehen Sie da operativ vor? Sind die dann als Studenten schon eingeschrieben? Sozusagen ein nulltes Semester? Oder ist das eher so Frühstudiumstadion? Nein, das ist ein nulltes Semester. Die sind schon eingeschrieben und zugelassen. Weil die bekommen natürlich im Rahmen dieses Pilotprojektes, bekommen sie, wenn sie eine entsprechende Bewerbungsmappe abgeben und wir das Gespräch mit denen positiv geführt haben, auf der Master-Ebene reden wir jetzt gerade, bekommen die eine Zulassung. Das heißt, sie sind eingeschriebene Studenten und wir machen dieses Vorbereitungssemester im Prinzip immer im Wintersemester. Die können aber auch schon im Sommersemester anfangen. Unser erstes Mastersemester ist im Wesentlichen Programmierung und Kommunikation im technischen Umfeld. Das ist ein sanftes Einstiegssemester. Das können die mitmachen. Dann im Wintersemester fassen wir die Meisterkohorten und die Technikerkohorten zusammen zu einem Vorbereitungssemester. Und dann geht es um Methoden der Elektrotechnik. Dann schreiben die dort keine Prüfung, aber sie schreiben, machen einen Test mit denen zum Schluss, wie weit sie denn gekommen sind. Und wenn einer überhaupt nicht weit gekommen ist, führen wir ein Beratungsgespräch. Wir können ihn nicht zwingen, aufzuhören, wenn das unter aller Würde ist. Aber in der Regel ist es auch nur ein oder zwei Mal vorgekommen. Die Leute haben dann auch aufgehört. Wir können aber ein Feedback geben. Wir können sagen, okay, du hast jetzt hier die und die Kenntnisse, du brauchst aber das und das und das garantiert noch in dem und dem Modul. Sehe zu, dass du dir das aneignest. Und das führt meistens dazu, dass die dann im nächsten Semester nur die Hälfte der Module belegen und versuchen, diese Defizite nachzuarbeiten. Das führt dann auch dazu, dass sie etwas langsamer studieren. Also so haben wir das gelöst. Das liegt einfach an der Konstruktion-Pilotphase. Wir haben also keine eigene Zulassungsordnung für diese Studierenden erlassen können. Das habe ich Ihnen ja vorhin erzählt, dass es da doch gewisse Hemmschuhe gibt und dass es halt sehr, sehr schwierig ist. Und ich finde es auch ganz gut so, weil wir jetzt eigentlich die Möglichkeit haben, das freier zu gestalten. Ansonsten müssten wir ja wirklich jede Änderung durch alle Gremien durchbringen. Das dauert immer so ein bis zwei Jahre und das bringt ja dann nichts mehr für die Leute. Wenn wir irgendwie ein Defizit sehen, können wir das jetzt relativ schnell korrigieren. Und von der Seite her ist es eigentlich ein ganz guter Weg. Und wir hoffen, dass wir dann mal so 30, 40 Absolventen irgendwann sehen in zwei, drei Jahren und dass wir die dann mal genau in ihrem Studienverlauf analysieren können und dann versuchen können, wo muss denn da im Vorfeld gearbeitet werden. Das heißt, was brauchen wir für Vorkurse. Es gibt da also bei uns im Prinzip keine Erfahrungen bisher. Und man macht das so gefühlt, Mathematik ist wichtig, Programmieren ist wichtig, vielleicht ist da ein bisschen Physik wichtig, vielleicht noch Chemie, keine Ahnung. Und das muss halt irgendwie quantifiziert werden. Eine Frage, Schmidt, Hochschule Ahlen, Baden-Württemberg. Also ich muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass meine Studierenden, die mit einer beruflichen Qualifikation kommen, irgendwie anders sind als Ihre. Bei mir sind die Meister in der Elektrotechnik, gehen davon aus, es gibt drei ohmsche Gesetze. Im Bachelor kriegen die dann erklärt, dass es immer das Gleiche ist. Dass man die Gleichung nur nach den drei verschiedenen Größen URI auflösen kann. Und ich halte es für ziemlich ambitioniert, jemanden, der mit dem Meisterwissen ankommt, dann als Master zu entlassen. Weil in der normalen Diskussion kommt der Herr Maxwell dann doch normalerweise vor, wenn man auf Masterniveau diskutiert. Also von daher... Bei uns nicht, das muss nicht sein. Das kommt ja drauf an. Also dieser Masterstudiengang ist der ganz normale Masterstudiengang in der Präsenzlehre. Und der hat diese Vertiefungsrichtung, wie ich schon gesagt hatte, Energietechnik und so weiter. Da braucht man den Maxwell... Also mit den Maxwell-Gleichungen... Also ich muss eins dazu sagen, das wird zwar immer so wie so eine Monstranz vor sich hergeschoben, aber ich bin sicher, dass die meisten meiner Kollegen mit den Maxwell-Gleichungen selber auch nichts anfangen können. Das wird ja meistens runtergekocht auf relativ überschaubare Umsetzungen. Also ich brauche mich selber nicht zu verstecken. Ich bin theoretischer Physiker. Ich weiß, was der Maxwell damit gemeint hat. Und von der Seite her muss man schon sagen, dass in den Ingenieurfächern doch... Wie soll ich das sagen? Doch ein bisschen weniger intensiv gehandhabt wird. Und wir haben im Masterbereich keine spezifische theoretische Elektrotechnik oder Mathematik oder Ähnliches. Die Mathematik kommt bei uns nur in ein oder zwei Modulen explizit vor. Das sind einmal in der Simulation, also numerische Verfahren. Numerische Mathematik machen wir noch. Vielleicht in der Feldtheorie, in der Hochspannungstechnik kommt noch ein bisschen Mathematik. Aber das wird dann auch simulativ gelöst. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man in diesem Studiengang mit relativ wenig Mathematik auskommt. Die Vertiefung und die... Nein, wir haben mit der Mathematik gar nichts gemacht. Das Studium selber, der Masterstudiengang, der läuft schon seit 1900, was weiß ich was, 1999. Und der hat im Prinzip noch das gleiche Kolikolum wie damals. Und der hat sich spezifisch damals an Fachhochschuldiplomstudenten gewendet. Und in diesem Studiengang, ich meine, man braucht, ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne ja die Module alle, also die Mathematik selber. Was verstehen Sie, wann braucht man die Mathematik? Wenn man algebraische Gleichung löst, ohmische Gesetz, natürlich braucht man doch die Mathematik. Aber man braucht zum Beispiel keine, was weiß ich was, Wegintegrale in der intensiven Form. Also man braucht viele Dinge eigentlich nicht. Die werden implizit vorausgesetzt. Und wenn das einer nicht versteht, muss er das nacharbeiten. Wenn Sie zum Beispiel eine Blasstransformation betrachten, als Beispiel. Das ist Integralrechnung. Aber Sie können das auch ohne Integralrechnung machen, wenn Sie die Tabellen können. Und wenn Sie halt entsprechende Partialbruchzerlegungsfähigkeiten haben. Also Sie brauchen das in dem Sinne nicht. Wir schreiben, also wichtig für die Studierenden sind ja die Prüfungen, die abgenommen werden. Und es gibt keine explizite Prüfung, die Mathematik im reinen Sinne abverlangt. Ja, an der Stelle vielen Dank, Herr Professor Hoppe. Vielen Dank, Herr Professor Hoppe.